So, so. Besser ist es, ne? Wo bin ich denn? So, Leute, was spielen wir denn hier heute? Hä? Hä, was ist das? Wir sind verwirrt. Wir spielen blockernd. Mit dem Kirm und dem Floh. Hä? Warum zieh ich so ein scheiß Bücherregal hinter mir her? Weil du etwas hieslig bist. Klick block change form. Also was habt ihr euch denn versteckt? Oder seid ihr schon tot? Warte, steht rechts was ich bin? Ich bin Kuchen, oder? Ich bin, ich kann hier irgendwo Bücherregal finden. Was steht denn, wo ich bin? Warte. Wo steht denn, was ich bin? Kann ich mich hier irgendwie festlegen? Ach so, dann sind sowas wie Heidens Sieg, man. Sagt das auch. Ja, hab ich doch vorhin gesagt, du Mongo, Alter. Das ist blockernd, hast du gesagt. Aber ich hab Raketen? Ja, ich hab doch gesagt, das ist gleich wie Heidens Sieg. Habe ich irgendeine Kacke mit den Raketen gemacht? Oh, hier sind Kuchen. Hier sind Kuchen. Hier kann ich mich verstecken. So, ich bin ultra krass versteckt. Hier wird mich einfach keiner finden. Ich hab mir dieses Pack gekauft, wo ich mich instant heide. Ja, ich hab das auch. Ja, ich hab das auch. Ich hab das auch. Ich hab das auch, aber ich verstehe den Sinn nicht. Ich baller da grad irgendwie nach. Du heidest dann instant, weißt du? Was kann ich denn mit den Raketen machen? Warum geht die denn nach oben? Ich will nicht. Du kriegst dein Geld. Ja, genau. Du machst dich halt aufmerksam auf dich. Das ist ausgleichbar. Ist das nicht gut oder was? Ja, doch. Du kriegst Geld dafür. Oh, ich will ein Schwein sein. Das ist geil. Du kannst dir deinen Block ändern. Wie kann man das change? Wie denn? Nein! Du gehst mit diesem Slime-Ding auf den Dingsmenüs. Ich blockiere das. Danke für den Film. Oh, ich hab ein... Und ich hab grad rausgefunden, dass Wasser ganz schön viel Schaden macht. Nein, das geht nicht. Ich kann da nicht change. Doch, du gehst auf den Slime-Block und dann gehst du mit Rechtsklick auf deinen Dingsmenüs. So, ich bin jetzt grad ein Schwein. Jetzt laufe ich hier rum. So richtig unauffällig. Okay, aus meiner Sicht sieht das nicht so cool aus, weil ich mich einfach nur mit meinem normalen Skin sehe. Hier ist einfach eine Melone neben mir. Ja, und was ist der Sinn davon? Jetzt steh ich hier wie so ein Behindertor. Ja, Hide in Seek hast du auch schon mal gesehen, ne? Jetzt steh ich hier wie so ein Behindertor. Sehr geil, ja. Achso, ja, also... Ich weiß ja, ob ich das jetzt zu Ende gesagt habe. Aber geht nicht ins Wasser, weil da kriegt er ganz schön viel Schaden. Scheiße. Ja. Ja, ich bin da fast dran verraten worden. Halleluja! Oh, Mann, echt scharf. Da gibt man aber echt kein Bullshit. Ja. Ich will aber irgendwie töten, kann man die Jungen oder so verbrauchen? Na klar, du hast doch Waffe. Ja, aber... Jetzt habe ich ne Rakete in die Luft geschossen, was bekomme ich? Ich laufe immer ein bisschen rum. Gems? Ey, was seid ihr denn für Blöcke? Vielleicht können wir uns da ja treffen. Ein Heubein. Ein Kuchen. Wow. Kuchen bin ich. Ich bin der Kuchen da durch die Gegend. Hier sind ganz viele Schweine. Ey, Schweine. Da war ich vorhin auch. Ja, ey, ich seh dich. Hi. Nein! Na, zusammen? Seid ihr da hoch? Nein, wir sind unten nahe Küste. Da ist noch ein Schwein. Du warst ein Spieler also, oder? Komm mal her. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, der ist auch ein Soundspieler. Bei mir sieht das richtig geil aus, Alter. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich bin bei einem Kuchen mit einem anderen Schwein. Und bei dem Kuchen, ja. Der Kuchen nennt der Leute. Oh, da sind Huren. Als Blumentopf verkleidet. Lass mal hinterher. Okay, komm, komm. Oh, da kommt ein Typ. Da kommt ein Typ hinten. Oh, schwein. Oh. Schwein? Voll unauffällig, weil es ist einfach so ein Schwein. Oh, ich hab mich getroffen. Ich hab einen Bogen. Ultraboost? Hä? Warum hab ich... Hä, wie hab ich... Das ist schon richtig schlecht, Mann. Oh, shit. Er trifft mich. Ja, ich... Ich kill den gerade. Wo seid ihr denn? Oh, ich hab mich getroffen. Ich bin ein in dem Wasser, kein Schaden. Nein, ich hab mich nicht getroffen. Scheiße, ey. Ich sterb hier noch an diesem Kampf. Könnt ihr mir mal sagen, wo ihr ungefähr seid? Da kommt nicht. Ja, da beim Start. Ich hab Ultraboost. Warte, ich greife dir das von hinten an. Pass auf. Nein, der kommt. Ich versuche jetzt oben drüber zu schießen. Vielleicht treffe ich ihn ja. Oh, oh. Achso. Flo, bist du immer noch im Kuchen? Ich laufe gerade an der Küste lang. Ja, wir sind auf so einer Insel. Obwohl auf der Brücke so ein Typ steht, der abknallen will. Ah, da weiß ich, wo ihr seid. Es gibt hier doch nur eine Worte, oder? Ja, töte den Typen mal. Ja, ich krieg's nicht hin. Ich treffe ihn die ganze Zeit. Kann ich den auch mit der... Kann ich den auch mit der Axt umlegen? Ja, ja. Mach mal. Ja, ich komm schon. Du hast auch einen Bogen, mit dem du schießen kannst. Oh, der greift mich an. Ja, ich seh's. Oh, oh. Das ist meine Chance, ey. Ganz ehrlich, schnell über die Brücke wieder zurück, ey. Ganz schnell weg. Hat er gemacht. Oh Gott. Speedtaxed. Speedtaxed. Wie geht das? Wie geht das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte schneller, bitte schneller, bitte schneller. Ich weiß nicht, ob der noch hinter uns ist, ey. Nein, der ist nicht hinter uns. Okay. Okay, ich verstecke mich wieder bei der A. Schwein. Ich bin ein Schwein. Oh, ich werde angegriffen. Meine Brennze, bitte. Ich will Kuchen nehmen und Schwein. Stell dich mal auf mit, bitte. Geht das? Nein, weg sind doch deine Form. Kann die nicht, mein Slimeball ist weg. Ach stimmt, ich hab auch nur einen gehabt. Tobi, welches von den Viechern bist du denn? Ich bin eins, was neben dem Kuchen steht. Ja. Ja, ich steh direkt neben dem Kuchen. Und neben den Heuballen. Kann ich den Schwein töten? Nee. Die Handler sind ganz schön dumm, hab ich das Gefühl. Die Leute, wir gewinnen hier richtig gerade, ne? Guck mal, es gibt nur 5 Jäger und 13 versteckende Leute. Es gibt noch eine Minute. Ah doch. Nee. Mit rechts geht du auf den Block oder wie? Ah, achso, ich muss irgendeinen Block hier anklicken. Du möchtest doch bitte Schwein hier sein. Ja, jetzt musst du auch ein Schwein. Aber du hast keinen Slimeball mehr, oder? Ja, ist egal. Ich bin kein Schwein. Voll geil. Könnt ihr mir mal sagen, wenn ihr euch bewegt, weil dann komme ich gut. Ich bin die Sache. Alter, hast du gesehen, wo gerade der Fall herkam? Nee. Ja, von mir. Ja, was bist du denn? Bist der Blumentopf, oder was? Nein, ich bin das Teil hier. Ach, du bist der Strohballen. Ach. Du bist das. Du bist das Schwein hier, ne? Ich laufe gerade ein bisschen weg. Ich bin das Schwein, was auf dem Strohballen steht. Ja, okay, ja, ja. Schiege ich euch Schaden zu, wenn ich euch habe? Nein. Ich stehe gerade in dir drin. Das scheuen wir nicht. Ja, geh mal bitte raus, ey. Ihr seid gay. Ey, und Spaß für noch 15 Sekunden. Wir haben das richtig easy gewonnen. Boah, ich laufe jetzt. Oh, ein Schwein, Mann. Ich bin ein Schwein. Wui. Und da sieht mega cool aus. Yay. Wir sind die Champions. Boah, ich bums den jetzt, Alter. Oh ja, geil. Das hat Spaß gemacht. Wir haben gewonnen. Ich wollte den bums. Schlag den, schlag den, schlag den. Das hörten wir öfter spielen, das macht Spaß. Vor allem ist es leicht zu gewinnen. Ja, ne? Also Leute, falls das auch geil findet, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Schaut nicht auf den Kanal von den beiden vorbei, denn die machen sowieso keine Videos. Und ja, Leute, bis dann.